Seit Februar dieses Jahres betreibe ich den Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Darin spreche ich mit anderen Simonswellern über ihre Herzensthemen rund um unser Dorf. Über Anekdoten und Erlebnisse, aber auch ganz persönliche Themen und auch aus früheren Zeiten. Ab und zu ja auch wegen im Dialekt. Ein Podcast ist ein modernes Medium, darin werden die Gespräche modern aufbereitet, liebevoll aufbereitet und ihr seid quasi hautnah mit dabei. Damit leisten wir unseren Beitrag zur Heimatverbundenheit. Wenn auch ihr Bock habt auf diese Geschichten, dann klickt rein auf simonswellern-podcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Kostenlos und so oft ihr wollt.